Herzlich willkommen zu Schönblöd, das sich heute direkt mal hierum kümmert. Der Wolf, das Lamm. Nach den Problembären in Bayern haben wir sie jetzt endlich auch in Hessen. Sogar zwei davon. Die beiden sogenannten Problemwölfe. Ja, der Wolf, da denkt man im ersten Moment vielleicht. Das gibt's doch gar nicht. Doch, gibt's. Die beiden wurden identifiziert, weil sie sich zu oft den Ranzen vollgehauen haben. Trotz Schutzzäunen haben zwei Wölfe laut Umweltministerium 16 Schafe gerissen. Darum geht es ihnen jetzt an den Pelzkragen. Denn wer Schafe reißt, wird scharf bestraft. Gibt keine Alternative, ne? Nee, die werden wohl nicht freiwillig gehen. Deshalb haben die Behörden sie jetzt zum Abschuss freigegeben. Ja, nur wer am Ende die Tiere erlegt, das bleibt ein Geheimnis. Das werden wir jetzt nicht verraten. Na, das kann ja ein munteres Geballer werden. Übrigens sollte man aus Versehen den Falschen umnieten. Kein Problem. Sollten es die Falschen sein, drohen laut Ministerium keine Konsequenzen. Dass man ein Ehrenberg bald hoffentlich nicht mehr sagen muss. Ich hab schon Angst, wenn er mal vor mir stehen sollte. Das finden wir schön. Na dann, weit man's heil. Ob er auch Jäger ist, wissen wir nicht. Er ist aber auf jeden Fall die aktuelle Buffetfräse der FDP. Ja, genau, die Partei, die an der Grasnarbe der Bedeutungslosigkeit gekratzt hat, bis es schlussendlich hieß. Wir haben die 5 Prozent und das ist euer Erfolg. Ja, Erfolg, aber egal. Matthias Nölke auf jeden Fall holt jetzt zum Schlag gegen die Ampel aus. Der Grund ganz klar. Die Motivation bei den Mitgliedern, sag ich mal, auf die Straße zu gehen und Wahlkampf zu machen, war sehr überschaubar. Und darum will er jetzt die Ampel zu Fall bringen. Könnte nur ein bisschen dauern, denn vorher muss er noch das machen. Er muss 500 Parteifreunde finden, die ihn in seinem Vorhaben unterstützen. Unterschriften sammeln, einen Brief an den Bundeschristian schreiben, dann eine Mitgliederabstimmung. Ja, frei nach Konfuzius, auch ein langer Weg, beginnt mit dem ersten Schritt. Den hat man allerdings wohl noch nicht gemacht. In Kassel hat die FDP noch gar nicht damit angefangen. Ja, auch beim FDP-Landesverband sieht man die Revolte aus Nordhessen wohl eher wenig bedrohlich. Angesprochen darauf hieß es gelangweilt nur. Es ist das Recht von Mitgliedern, eine Mitgliederbefragung anzustreben. Dieses Recht achten wir als Freie Demokraten. Anders ausgedrückt. Das werden wir jetzt nicht verraten. Also müssen die Jungen ran und nochmal klar machen. Wer in der FDP ist, will auch gestalten? Ja, für uns gestaltet es sich eher schwierig, dass manche ein Mitglied aus einer demokratischen Partei in diesen Zeiten lieber abhauen will, als konstruktiv an der Regierung mitzuarbeiten. Das wäre in gewisser Weise verwerflich. Darum finden wir das auch blöd. So, fehlt eigentlich nur noch das hier. Und Schluss mit lustig. Geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020